17 Tage Krieg gegen Israel und wir wollen uns die militärische Lage im Nahen Osten ansehen, die immer mehr eskaliert und die immer mehr von auch ihrer geografischen Ausdehnung aus Israel, aus dem Gazastreifen weg in die Nachbarländer sich bewegt. Vor 17 Tagen griff die Hamas den Süden Israels an, tötete 1400 Israelis und seitdem wehrt sich Israel. Zum einen mit Raketen, aber zum anderen eben auch mit einer Bodenoffensive. Diese Bodenoffensive wird angekündigt, aber sie wird weiter aufgeschoben. Sie hat weiter nicht angefangen und wir schauen uns ganz aktuelles Fotomaterial an von Panzern, von Schützenpanzern der israelischen Armee, die rund um den Gazastreifen aufgestellt sind. Es sind hunderte Panzer, man spricht von etwa 800 Mekawa-Panzern, die dort bereitstehen, aber sie gehen nicht rein. Und diese Offensive wird aus ganz verschiedenen Gründen verschoben, wird weiterhin nicht angepfiffen, wenn man so möchte, weil es ganz verschiedene Vorbehalte gibt gegen diese Offensive. Zum einen natürlich die Humanitären, die Frage also, was passiert mit den Menschen vor Ort, wie gefährlich ist das? Aber vor allem, und das scheint mir auch die wichtigste Frage zu sein, wie verhält sich der Iran, wenn man dort angreift? Wie verhalten sich andere Terroristen in der Region, wenn man dort angreift? Und wie die sich verhalten, davon gibt es immer mehr, ja, einen immer stärkeren Vorgeschmack, wenn man so möchte, und auch immer stärkere Bilder, die jeden Tag zu uns kommen. Nämlich, dass aus dem Libanon heraus die Angriffe auf Israel immer, immer stärker werden. Und wir schauen uns das jetzt einmal an mit aktuellen Videos. Was wir hier sehen ist, deshalb halten wir es gleich am Anfang an, ist ein 107 Millimeter Raketenwerfer der libanesischen Hisbollah. Und das sind 1 zu 1 Raketen, die im Iran hergestellt wurden. Das ist ein Raketenwerfer mit 12 Raketen. Diese 107 Millimeter Raketen sind ganz klar Revolutionsgarden-Raketen, die also von der iranischen Rüstungsindustrie hergestellt wurden. Eigentlich für das iranische Militär, aber eben jetzt im Süd-Libanon eingesetzt werden. Und wir lassen das Video einfach mal laufen und sehen jetzt, dass alle 12 Raketen hier abgeschossen werden. Das ist das erste Mal, dass die Hisbollah ganz offiziell in diesem Krieg einen Mehrfachraketenwerfer einsetzt. Eben nicht gezielt, um einzelne israelische Soldaten zu töten, sondern eben ein großflächiger Angriff, ein großflächiger Raketenangriff, der jetzt hier einschlägt auf einem Grenzposten der israelischen Armee. Und das ist schon eine weitere Eskalation, die wir in diesen Tagen erleben. Wir wissen aus Quellen der Hisbollah, dass man mittlerweile 31 Mann auch verloren hat, dass hier 31 Hisbollah-Terroristen auch getötet wurden seit dem 7. Oktober. Nichtsdestotrotz hält das die Hisbollah nicht davon ab, anzugreifen, sondern wir sehen viel eher, dass diese Angriffe sich immer weiter verstärken. Und wir sehen jetzt hier auch, dass ein, ja, auch als Flugabwehrgeschütz zu nutzender Kanone eingesetzt wird. Also nicht mehr nur einzelne Panzerabwehrraketen vom Typ Kornet, was wir bisher gesehen haben, oder einzelne Raketen, die über weiter Entfernung gefeuert werden, sondern wir haben hier direkte Angriffe aus dem Südlibanon eben auf den Norden Israels. Und damit sagt die Hisbollah natürlich ganz klar, wir sind jetzt ein Teil dieses Krieges, wir sind ja auch Kriegspartei und wir werden eben auch vor einer Bodenoffensive, und das ist natürlich auch ganz bemerkenswert, auch vor einer Bodenoffensive der israelischen Armee werden wir angreifen und werden wir im Norden Israels hier töten. Es ist bislang so, dass mindestens zehn israelische Soldaten und zwei Zivilisten bei diesen Angriffen getötet wurden, aber wir sehen, sie gehen weiter, jeden Tag weiter und Israel reagiert hier auch zum ersten Mal. Wir schauen uns diese Bilder an, die die israelische Armee gestern veröffentlicht hat. Das ist, ja, das sieht erstmal so ähnlich aus, wie wir es immer wieder gesehen haben, nämlich ein Luftangriff auf Terroristen am Boden. Aber das Besondere ist, wir haben es hier zum ersten Mal jetzt mit libanesischen Terroristen zu tun, die eben per Luftangriff ausgeschaltet werden. Und das Ganze soll, da sehen wir einzelne, zwei Personen, die sich bewegen, das soll die Vorbereitung eines Raketenangriffes auf Israel gewesen sein, einen ähnlichen, wie wir eben gerade gesehen haben, allerdings nicht mit so einem, ja doch sehr ausgefallenen oder schon sehr fortgeschrittenen Raketenwerfer, sondern eben mit so einem einzelnen aufgestellten Rampe, die diese Hisbollah-Leute hier nicht aufstellen konnten, beziehungsweise vor oder nach dem Angriff dann von der israelischen Armee eliminiert wurden. Nichtsdestotrotz, wir sehen, dass die Angriffe auf den Norden Israels steigen und, und das ist ganz neu, auch die Angriffe auf die USA steigen in der Region. Wir wissen, dass die USA zwei Flugzeugträger vor den Libanon gerade bewegen, dass ein weiterer in den nächsten Wochen auch in den Persischen Golf bewegt werden soll, um eben Iran davon abzuhalten, in den Krieg einzugreifen. Aber es sieht so aus, als würde Iran den Amerikanern zuvorkommen und seinerseits eben die direkte Konfrontation mit den Amerikanern suchen, bevor die ihre gesamten Militärassets, also ihre Ausrüstung und ihre großen Kampfgruppen mit den Flugzeugträgern und so weiter in der Region haben. Was wir gesehen haben, sind gestern drei Angriffe auf den Osten Syriens, und zwar auf Shadadi, Al-Tanf und eine weitere US-Militärbasis, die mit Kamikaze-Drohnen ausgeführt wurden. Und diese Kamikaze-Drohne, wie sie hier eingesetzt wurde, wir lassen es erst einmal durchlaufen, sehen wir hier. Das ist also eine der eingesetzten Drohnen gestern, die der sogenannte, Zitat, islamische Widerstand im Irak, so nennt sich diese Gruppe, angeblich abgefeuert hat. Eine ganz neue Gruppe, wahrscheinlich auch deshalb neu gegründet, damit die Amerikaner eben nicht sagen können, das ist ja die Hisbollah oder das sind ja die Revolutionsgarten, sondern verschiedene Milizen, schiitische Milizen haben sich zusammengetan und greifen jetzt die USA an. Und wir können das uns aber einfach mal ansehen in dem Moment. Und wir sehen das hier, das ist also eine sehr fortschrittliche Kasseff-1-Kamikaze-Drohne der iranischen Armee. Und diese Kamikaze-Drohnen sind hier nicht neu, sondern die werden bereits seit drei Jahren eingesetzt, unter anderem von den ebenfalls vom Iran-unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen. Das heißt, wir haben es hier mit eindeutig wiederum iranischen Waffen zu tun, relativ modernen iranischen Waffen. Wir sehen das hier relativ gut an diesem Aufbau. Wir haben also da, jetzt können wir uns das mal anzugucken, wir haben also zwei Paar Flügel, nämlich einmal die Hoppflügel und einmal die Hilfsflügel, die weiter vorne angebaut sind. Und wir haben eben diesen Propellermotor hinten drin. Und das Ganze ist eben nicht selbst gebaut, das ist nichts, was irgendwie die Hamas oder sonst jemand selbst bauen könnte, sondern das ist iranische Militärtechnologie, mit der jetzt ganz offensichtlich eben, oder ganz praktisch US-Basen im Irak und in Syrien angegriffen werden. Das scheint, wie gesagt, eine, ja, wenn man so möchte, und Iran hat ja genau das angekündigt, eine präventive Maßnahme zu sein gegen die USA, um sie eben noch während ihres Aufmarsches zur Unterstützung Israels im Nahen Osten eben anzugreifen. Und das Ganze, wir sehen es hier, gewinnt an geografischer Reichweite, gewinnt auch an Komplexität. Während wir vorher diese einfachen Mörser oder einfachen Raketen haben, haben wir jetzt iranische Militärtechnologie, die eingesetzt wird. Und ganz offenbar ist es natürlich nicht Israel, weil es ja gerne den Krieg beschränkt haben möchte, eben nur auf den Gazastreifen, sondern ist es vor allem der Iran und seine Proxys, seine Stellvertreter in der Region, die hier einen großen Krieg haben wollen, der dann eben wirklich zu einer großen militärischen Entscheidung über die Zukunft des Nahen Ostens führt.